Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem letzten Placement Spiel in LoL und zwar ich habe sowas von Schiss, ich habe keine Ahnung wo ich eingerankt werde und ich habe einfach keinen Bock auf dieses Spiel eigentlich, ähm, gibt der jetzt auch so schlecht, oh ok, und alle Minions verkackt, geil, das fängt schon mal wieder so gut an Leute, Alter, was geht denn hier ab, ey, der Hackerin kackt auch oben, ja, er flinkt sich rein, er flinkt, sag ich schon, er jumpt rein, mit seiner E, jetzt hat er schon mal raus, und Ramos kommt jetzt auch noch dazu, dann könnte man auf jeden Fall was machen, ach scheiße, den haben wir auf jeden Fall, jo, Thank you, das war ja ganz gut gemacht, auf jeden Fall, ich habe überhaupt nichts mehr, ready, was macht der LKR, wo ist der Spasti, das ist so ein Hohensohn, was, wo ist der, er macht das Blue fertig, ey, anstatt zu helfen, wie hast du diesen Hohensohn, Nice, oh, oh, was ist schmastisch, jo, alter, was war das denn, das war richtig gut, ey, ich habe irgendwie keine Chance, meinen Ulti Gart einzusetzen, ja, danke für den Kill, das einzige, was ich in einem Fight gerade gemacht habe, ist meine Kuh, ich habe sonst nichts gemacht, ja komm next kill ich habe nichts gemacht alter ich lehnte dennoch was nicht gesehen ja aber läuft 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 leute es läuft hier mit einer kuh was alter nicht alle aufeinander stehen wolf hat nicht mal hat es nicht mehr geschafft seine ulti einzusetzen alle instant tot alle insten draufgegangen ich habe nicht mehr wie was hier mit geholfen aber ja easy das ist auch noch der schoss sie ja finde schon würde ich sagen der scheiß auf bärin das war's das wird der sieg für uns sein und jetzt bin ich echt gespannt wo ich ein gerinkt werde wie gesagt letzte season gold 5 also ich habe die season mit gold 5 beendet und jetzt bin ich einfach gespannt was ich was ich ein gerinkt werde das ist noch mal flash ein alter was macht ihr denn da verrecken alle noch mal einfach finischen leute wie wäre es damit nochmals ohne das eingesetzt und somit was das 46 meine serie so ich habe keine ahnung ich habe so schiss jetzt auch weiter zu klicken also vier siege sechs los ich glaube das wird nichts mit silber zwei mindestens also ich glaube das wird unter silber zwei sein mal gucken ich gehe jetzt einfach mal weiter bitte leute bitte nein was silber 4 willst du mich verarschen das ist silber 4 oder holy fuck was willst du mich verarschen es ist nicht euer ernst silber 4 von gold 5 in silber 4 war's holy shit ihr seht jetzt nicht den ganzen klein aber ihr könnt ihr das hier schon mal sehen das ist silber 4 willst auf jeden fall ist hier jemand aus meiner freundlich ist drin alter silber 4 ist mich verarschen von gold 5 ich war fast gold 4 also auch ich mein konn okay das wird lustig sich wieder ein gold hoch zu spielen auf jeden fall silber 4 alter war's ich komme nicht drauf klar alter ja danke right um morgen nicht euer ernst silber 4 naja ich würde sagen wir sehen uns ich kann ich kann mich schon nicht mehr reden ich bin so sprachlos gerade silber 4 wird mich verarschen ja ich würde sagen wir sehen uns demnächst wieder ein lol es scheint ja anscheinend zu laufen also ohne probleme ich bin kein einziges mal disconnected das lief die ganze zeit flüssig durch und ja ich würde sagen wir sehen uns das nächste mal bei league of legends irgendwann mal also ich habe jetzt auf jeden fall vor öfters aufzunehmen rechts rein Herr rechts okay rechts